Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Minish Cap Randomizer, es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Tropfen-Tempel oder Tempel des Tropfens abgeschlossen. Und ja, ich glaube heute möchte ich nochmal in den ersten Tempel, in den Wald schreien. Einfach mal reinkieken, ob ich da vielleicht noch irgendwas machen kann. Vielleicht auch hier, ich suche ja immer noch so einen Schwertmeister. Aber irgendwie ist der verschollen. Oder habe ich den schon gemacht? Also ich suche gerade, oh die arme Kuh. Ich suche gerade den Schwertmeister, der quasi... Oh, guck mal, hier waren wir auch noch nicht. Der quasi dafür da ist... Ne, der dafür da ist, den hier mit der Fackel. Den habe ich gesucht. Der Ausfall. Keine Ahnung. Was ist denn der Ausfall? Aber das ist was Neues, oder? Nummer 10. Okay. Ähm. Nummer 10. Zack, ich mache hier aber auch nochmal die Rolle. Oder ist da was anderes mit gemeint? Weil es gibt ja auch diese komische Sprungattacke, ne? Okay, Schwert sollte ich vielleicht doch ausrüsten. I don't know. Okay, hier geht's hoch. Da kommen wir zu tingeln. Der war wir auch noch nicht. Aber der macht doch nix. Hm. Okay. Gut, dann haben wir das hier auch. Ähm. Gab's hier hinten noch was? Wir sollten auf jeden Fall alles nochmal abchecken. Denn es kann ja immer sein, dass wir irgendwo noch irgendwas übersehen haben. Ja, hier war nichts. Aber ich erinnere mich, äh, düster irgendwo, dass wir... Äh. Warum war ich denn jetzt? Warum bin ich hier so gelb? Womit hat er mich abgeworfen? Mit welchem Schlamm? Mit welchem Dreck? Mit seiner Kacka? Ihh. Ja, ich erinnere mich, düster, dass wir irgendwo drinnen waren in so einem Blumenbeet. Und, äh, da gab's dann auch noch so einen Ort, wo wir, ähm, uns teilen mussten. Ja, wo genau das aber war, kann ich euch auch nicht mehr sagen. Wie gesagt, ich hätte gesagt, wir gehen einfach nochmal in den Waldtempel jetzt erstmal rein. Gucken, ob wir da irgendwas ausrichten können. Uns fehlt halt noch ein Schlüssel. Das nervt mich ein bisschen. Aber ich will auch ein Schild haben. Weiß halt nicht, ob das jetzt sowas bringt, jetzt auf der Oberworld hier rumzurennen. Und, äh, dann kommen ständig irgendwelche Deku-Kerle. Und ich kann da nichts machen. Wäre halt doof, ne? Hm. Ich guck nochmal hier unten. Tudududu-tudu-tudu. Guck mal hier vielleicht. Was haben wir hier? Einfach nochmal überall reingucken. Vielleicht finden wir ja nochmal die ein oder andere... Ne, hier war auch gar nichts. Was das hier ist... Ist das was? Kann man da was machen? Oder ist das einfach nur... ...ne Blockierung gewesen? Das war nur die Blockierung, die Wand, ne? Ja, hier ist das ja auch. Da war nix. Okay, weiter geht's. Wir sollten auch nochmal in... ...in die Stadt gehen. Und ein bisschen Geld ausgeben. Ich glaube, das wäre auch nochmal ganz cool. Uh, ne Fee. Die nehm ich mit. Ha, ha, ja, sie. Genau, da waren wir jetzt fertig. Tyloria-Wald. Äh, den besiege ich nicht. Haben wir denn hier noch was irgendwo? Guck mal, hier ist die Hexe. 30 Bomben. Hä? 30 Bomben. Oh, kann ich upgraden? Nee, ne? Nicht wirklich. Ich kaufe mal eine Flasche blaues Elixier. Hä? Okay, Bomben sind jetzt weg. Kann ich trotzdem mit dir reden nochmal? Gibt die mir irgendwas? Nö. Okay, dann ist das jetzt auch fertig. Keine Ahnung. Das war jetzt eigentlich nix weiter, ne? Hm. Hier reingraben. Ich glaube, das bringt nix. Aber wir machen es trotzdem nochmal kurz. Einfach nochmal die Gebiete so ein bisschen abforschen, ne? Das war... ...das wir so ein bisschen für uns abschließen können. Wir graben jetzt auch viel schneller. So, haben wir hier oben irgendwas? Sind wir wieder beim Heiersee? Oh, ist das nervig. Nervt mich eigentlich immer so, äh... ...nochmal zu Orten zurückzukehren. Und ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man ein Gebiet nicht komplett gleich sofort abschließen kann. Aber naja. Das ist nun mal sehr, sehr, sehr oft so. In Zelda... Aua, aua, aua. In Zelda spielen. Ah. So. Egal. Wir... Ich würde sagen, wir laufen... Hallo? Wir laufen mal Richtung des Waldtempels. Östlicher Hügel. Und gucken mal, ob man hier noch irgendwas unterwegs findet. Was wir vielleicht noch nicht gemacht haben. Hier vielleicht. Deku-Kerl. Ich... 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 Ich finde es komisch, dass man den nicht andersweitig noch irgendwie besiegen kann. Geht das nicht irgendwie hier so? Ich fackel einfach mal ihn ab. Schade. Dann geht das nicht. Zurückschleudern kann ich auch nicht, ne? Äh. Menno. Ja. Sollten wir uns merken, ne? Dass hier überall noch was ist. Mach ich eh nicht. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü. War mal auch schon. Alles fertig hier. Dü-dü. Raus da. Okay. Hier war ja auch nichts mehr. Dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Müssen wir auch. Oder? Ich glaube schon. Ja, wenn wir in den Tempel wollen, müssen wir es klein machen. Dann würde ich das mal kurz machen. Ich meine, wir finden auch unterwegs immer wieder ein paar Sachen, wo wir noch nicht drin waren wo wir was noch nicht machen konnten Aber ich glaube, Waldtempel ist da, oder Waldschrein ist jetzt erstmal das, wo wir vielleicht das meiste noch rausholen können Erstmal gucken, wie der da stand ist So, zeig mal her Ist auch nur noch eine Schatzkiste eigentlich, ne? Krass Das ist im Kerker unten Das ist halt die Frage Warte mal, ich hole mal kurz hier meinen Wischwedel raus Mein Greifenmantel, mein Wischmedel Okay, und dann waren wir ja hier in dem Fass Äh, uns hat der Schlüssel jetzt gefehlt Da hinten Der wird uns wahrscheinlich, ja, in die Nebenräume bringen Aber wie komme ich denn da runter? Ob so eine Treppe ist einfach, die da hinführt? Ach, komm, ich mach einfach auf Aber eigentlich müsste es Shit Komme ich da jetzt überhaupt rein? Guck mal, hier falle ich runter Mal gucken, wo ich da hinkomme Wo bin ich denn jetzt? Bin ich in der unteren Etage? So Und Theoretisch Müsste man von hier jetzt nach oben kommen Irgendwie Und da gibt's eine Schatzkiste Schauen wir mal Aua Genau, also hier jetzt irgendwie Müsste das eigentlich sein? Frage ist, hat er vielleicht Der hat auch einen Schlüssel gefehlt Der hat dann Ich nehm den einfach mal Keine Ahnung Ob das jetzt gut ist Ach, über den Wolken Okay, ich glaub wir müssen über den Wolken dann weitermachen Wäre meine nächste Vermutung gewesen Aber da fehlt uns ja auch noch ein Schlüssel Shit Ansonsten war hier nix weiter, oder? Warte, 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 warte Hallo Da ist noch ein Schalter Ah, Teleporter Perfekt Dann geht's wenigstens gleich wieder zurück Ja, dann fehlt uns da jetzt halt Für den einen Abschnitt da Ein Schlüssel Ich weiß halt nicht, was mir das bringt Muss ja auch irgendwas passieren, oder? Gibt's da auch nochmal einen kleinen Schlüssel In den Abschnitt? Na gut Ja dann Ich finde, wir sollten dann jetzt wieder In die Wolken gehen, oder? Was meint ihr? Das hätten wir jetzt auch abgeschlossen Wir haben jetzt nochmal ein paar Items gefunden Unterwegs Aber halt nix, was uns irgendwie weiterhilft Zumindest nicht großartig Östliche Hügel Hier waren wir ja komplett fertig Bis auf Einen Deku-Kerl Und hier fehlt uns auch Einen Deku-Kerl Ich hoffe, ich merke mir das Stadt von Hyrule Nördliche Ebene Gongolberg Gongolberg gibt's halt auch Wahrscheinlich noch einiges Was wir tun können Aber ich würde da halt gerne Erst auf ein Schild warten Und hier fehlt uns ein Schlüssel Ähm Schloss Hyrule fehlt uns auch noch Der Boski Nördliche Ebene Stela Wasserfall Ich geh jetzt erstmal wieder über die Wolken Fertig Aus Wir gucken mal Ob wir mal irgendwas da finden Weil theoretisch können wir zumindest Jetzt in den Dungeon rein Wohl Ich gucke nochmal hier kurz Ja Weil ich erinnere mich Dass wir hier glaube ich Auch noch ein paar Sachen Offen hatten Ich glaube Einerseits wegen Äh Teilung Und einerseits wegen Fackel Hab ich gerade zumindest so Im Kopf Keine Ahnung Kann mal ausprobieren Let's go B ist gut Nehme ich mit Es gibt hier echt viele Fäden Ne Das ist schon krass So was war ich hier Hier geht's die Wand hoch Okay Ah Du 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 Ba 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 Du 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 So Hier geht's jetzt direkt wieder runter Ne Hier war ich jetzt schon Hier bin ich eben hochgegangen Es geht hier noch nach rechts Da war nur ne Schatzkiste Ähm Dann gehe ich jetzt hier nochmal nach unten Nach unten Ja Nach unten Haben wir denn hier irgendwas Hier waren auf jeden Fall Schleimis Geht's hier in den Wasserfall rein War ich auch schon Ich dachte hier war noch irgendwas Oder unten halt Kann auch sein Ach Leute das ist äh Schrecklich ne Wenn du nicht mehr weißt wo du warst Hm Naja Kriegen wir schon irgendwie hin Äh Ich geh mal hier die Wand runter Guck mal da Da ist doch so ne Schatzkiste Wie komm ich denn da hin Mit dem Raum hier rein Aua So hier geht's nach oben Das könnte Possible sein Dass wir hier irgendwie weiterkommen Ich glaub hier war ich auch Okay War hier nicht genau Guck mal Das sieht doch gut aus Da brauchen wir drei Leute Und dann kommen wir da rein Dann kriegen wir die Schatzkiste da zumindest Okay das war falsch Kann ich jetzt nicht ändern Weil Ich gesperrt bin So Jetzt drei 1 2 3 Zack Geh weg So Und jetzt aber Yo Ah man Nur Pfeile Ja das ist jetzt tragisch Ja okay Dann borde ich mich jetzt gleich dahin An die Stelle Schade Aber ich glaub das war alles oder Oder haben wir hier sonst noch was Da unten war man auch drinne glaube ich oder Da springe ich nur in den Wasserfall rein Boah wie ich jetzt Steine einfach wegfess ne Sau gut Dööööööse Okay Ja ich denke wir haben alles oder Nö, 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 nö. Nö, nö. Alter, hab ich hier durchführt. Nee, ich denke, wir haben hier alles. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben, ich hab ja euch. Äh, sagt mir Bescheid. Aber ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Wir gehen jetzt in die Wolken. Ne, damit wir wenigstens noch ein bisschen, äh, Fortschritt heute machen. So. Alternativ, Gongolberg oder halt, äh, auch immer noch mal ein bisschen einfach so um die Welt reisen und auf gut Glück hoffen, dass wir irgendwo weiterkommen. So, aber jetzt müssen wir erstmal, lup, hier raus, ne. Da ging's, glaube ich, hoch, ja. Ich finde, das Winzebohl hätten sie auch hier oben hin machen können. Obwohl, hier ist ja der Dicke. Oh, herzlich willkommen. Oh, ein Schild. Oh, ich hab kein Schild für dich, Mann. Ich brauche aber auch trinkend einen. Und dann willst du den einfach wegessen. Okay, gut. Wir gehen wieder über die Wolken. Ähm, theoretisch haben wir ja alles gemacht, ne. Wir haben ja auch... Achso, wir müssen mit den... Ah, ja, stimmt. Das war ja gar nicht an diesem Ort. Wir müssen jetzt noch die ganzen... Ah, die ganzen Wolken finden. Oh, Kotz und Wirk. Wo war denn das? Ja, ja, ja. Wo war das? Shit. Yo. Wir müssen, äh, verschiedene Fragmente finden zum Verein. Geil. Geil. Ich freue mich. Nicht. Juh, okay. Uh. Die will nicht vereinen. Da ist extra so ein Fragment drinnen, ne. In der Wolke, glaube ich. Wenn die vereinen möchte. So, hier ist nix. Aber sind die... Ist das zum Verein oben? Oder ist das, äh... Unteretage? Gute Frage. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich glaube, es war nämlich immer auf eine Etage beschränkt. Tö, 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 tö. Oi. Muss ich den wegsaugen? Ja, ne? Tö, tö, zack. Da ist auf jeden Fall schon mal eine. Ähm. Zack. Perfekt. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Und dann fehlt nur noch eine. Und dann, äh, können wir in den Dungeon, glaube ich. Kann ich hier rüber irgendwie? Ne, ne. Ich glaube nicht. Okay, ich geh mal hoch. Ja. Äh. Wo war denn die letzte oder nächste? Da kann ich auf jeden Fall... ...den machen. Warte, 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 warte. Ich will nochmal in die Wolke. Also in den Wirbelsturm, nicht in die Wolke. Au. Oh, ich geh nochmal hier lang. Vielleicht war hier auch irgendwo noch was. Ne, hier war nichts. Shit. Warum fliegst du da lang? Du, 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 du. So schaffe ich es da rüber? Jawohl. Okay, ich glaube, ich muss da hinten in die Ecke. Ich denke, irgendwo da hinten, äh, ist das letzte Fragment zum Vereinen. Vielleicht auch schon hier? Äh. Was ist denn mit dem hier? Äh, kann ich den einfach mit dem Schwert kaputt machen? Natürlich nicht. Ich brauche den wüsterig dafür. So, zack. Ne, nicht die Fee. Bam. Ah, geil. Ich hab's. Ah, schön. Das ging schneller als erwartet. Perfekt. Gut, dann können wir jetzt echt, äh, ja, in den Dungeon rein, ne? Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen, weil... Da gab's ja auch viele Schatzkisten, die versteckelt waren. Yay! So, und jetzt geht's... Geht's direkt in den Dungeon rein, oder wie ist das? I don't know. Alles schon so lange her. Komme ich jetzt mit dem Quick Warp da schnell hin? Jo, geil. So, auf geht's. Wunderbar. Ah, und hier kann ich mich jetzt auch jederzeit hin teleportieren. Perfekt. Jo. Und da sind wir jetzt im Tempel. Ah, jetzt sind wir in der Hütte. Ah, stimmt. Die wollten einfach nur nach Hause, ne? Ich erinnere mich. Genau, und jetzt können wir über den fünften Stock da irgendwie rein, ne? Ah, okay. Gut, naja, das passt ja. Dann, äh, können wir wenigstens zum Ende des Parts dann jetzt in den Windtempel. Ich gucke mal kurz hier rein. Macht's ja die Haare trocken, oder war er grad duschen, oder was ist los? Ah, was machst du? Ja, aber noch mal eine Wirbelattacke. Spin Attack. Boah. Zählt nicht. Ist wieder doppelt. Er macht voll Sport jetzt. Okay, aber es lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder mit den Leuten zu labern. Man merkt es. So. Gibst du mir auch noch was? Nö. Schade. Hier noch was los. Oh, ah. Hä? Kommt ich die ganze Zeit schon da rein? Hm? Da ist er. Der letzte Schüssel für den Wald schreien. Ja, mach ich das jetzt noch? Geh ich da noch mal reingucken? In der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwas gibt? Ja, hier geht es jetzt in die Wolken, ne? Hier war man noch nicht, oder? Nee. Da hätte ich mich dran erinnert. Palast des... Palast des Windes? Palast des Windes. Ja, wir haben alle. Oh, gut. Nur noch der Boski. Ab der Königsfamilie. Ey, let's go. Nice. Das läuft. Und du, gibst mir auch was? Und auf dem Dach ist ein Wörbelwind. Mit ihm gelangst du zur Palast des Windes. Ver... was? Vervollkommen schnell das heilige Schwert und rennt die Prinzessin. Kriege ich auch was von dir? Nö. Okay, geil. Boah, richtig gut. Ja, aber jetzt kommen wir direkt zum Dach, oder so? Nö, jetzt ist Dach. Okay. Gehen wir noch nicht hin. Ist ja der Dungeon. Ich würde sagen, wir gucken erst im nächsten Part nochmal in den Waldschreien rein. Königsfamilie. Und dann gehen wir in den Himmel. Das würde ich sagen, ist der Plan. Okay, cool. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Minish Cap Randomizer. Tschüssi, Leute.